Herzlich willkommen bei den KOLA Service Videos. Die enorme Auswahl an Skitouren-Equipment als auch Skikonstruktionen erfordert flexible Lösungen. Das KOLA Bügelhaltesystem bietet die ideale Anpassung an jeden Skityp. Im Standardlieferumfang haben wir den Tipa 85 oder 110 an der Schaufel und den KOLA K-Clip am Skiende. Solltest du jedoch einen Ski mit Schlitz haben, so gibt es das iFix-System. Hast du einen Ski mit Loch, so kann der Z-Hacken eingehängt werden. Besitzt du aber einen Twin-Tip-Ski, so lässt sich ganz einfach am Elastic-Strap der Butterfly-Hacken einsetzen. Wie das Ganze funktioniert, das erklären wir dir jetzt. Nimm dir hierfür idealerweise einen Schlitzschraubenzieher und führe diesen zwischen Riegel und Bügelhalter hinein. Hebe den Riegel nun ein bisschen auf und schiebe gleichzeitig in Fellrichtung den Riegel hinaus. Schon öffnet sich der Bügelhalter und du kannst den Standardbügel entnehmen. Hast du nun das für dich passende Spitzensystem ausgewählt und eingehängt, so kann der Bügelhalter wieder verschlossen werden. Nehme hierzu den Riegel und drücke ihn fest zusammen und schiebe ihn gleichzeitig in Richtung Spitze zu. Und schon ist das System geschlossen. Um auf ein Twin-Tip-System umzurüsten, muss vorher der standardmäßige K-Clip abgezogen werden. Nun kannst du den Butterfly einfädeln und mittels den vorgefertigten Löchern fixieren. So einfach ist die Individualisierung deiner Colafälle. Wir wünschen dir nun eine unfallfreie Saison und schöne Skitouren.